Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, in unserem Gesetzentwurf zur Änderung des Sparkassengesetzes geht es um die Vergütung der Vorstandsmitglieder von Sparkassen, besser gesagt um deren Begrenzung. In Deutschland gibt es 367 Sparkassen, die insgesamt über 50 Millionen Kunden bedienen. Ob einfacher Angestellter, Arbeiter, Privatmann oder Unternehmer, alle finden in der Sparkasse einen zuverlässigen und regionalen Partner. Das gilt selbstverständlich auch für die 61 Sparkassen hier in Bayern. Mit rund 1.900 Geschäftsstellen sind sie vor Ort präsent und in jeder Stadt und Gemeinde bekannt. Tatsächlich sind die Sparkassen uns allen aus dem Alltag so vertraut, dass wir sie als gewöhnliche Banken betrachten. Aber, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben einen besonderen Auftrag. Sie haben nämlich eine gänzlich andere Stellung als Genossenschaftsbanken oder Privatbanken. Sparkassen sind nämlich Finanzinstitute, die einen gesetzlich verankerten öffentlichen Auftrag haben. Sie sind dazu verpflichtet, der Bevölkerung und Unternehmen in jeder Region Finanzdienstleistungen anzubieten. Im Gesetz über die öffentlichen Sparkassen wird festgehalten, dass die Pflege des örtlichen Kreditbedürfnisses und der örtlichen Spareinlagen genauso Aufgabe der Bank ist, wie die Pflege des Sparsinns der Bevölkerung. Und das ist nicht verwunderlich. Denn die Sparkassen, sie haben keine anonymen Aktionäre oder Gesellschafter als Eigentümer. Sie streben nicht vordergründig nach Gewinn. Träger der Sparkassen sind ihre jeweiligen Kommunen. Und diese möchten ein möglichst treibungsloses Zusammenspiel der Finanz- und Realwirtschaft in der Region ermöglichen. Dabei haben die Sparkassen seit Einführung des Euro einen schweren Stand. Während es im Jahr 2000 deutschlandweit nur 562 Sparkassen gab, gibt es heute nur noch die eingangs erwähnten 367. Höhere aufsichtsrechtliche Anforderungen und vor allen Dingen die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank seit dem Jahr 2008, haben das Geschäftsmodell der Banken insgesamt ins Wanken gebracht. Und davon ganz besonders betroffen sind natürlich die Sparkassen, die in ihrem Kerngeschäft die Spareinlagen ihrer Kunden verwalten. Auch kleinere Institute sind davon zunehmend betroffen. Sie werden unrentabel und diese werden in die Fusion getrieben. Bestraft werden also gerade jene Sparkassen, die noch dem gesetzlichen Kerngeschäft nachgingen. Nämlich das Bedienen der örtlichen Kreditnachfrage mit den Einlagen von örtlichen Sparern. Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank enteignet also nicht nur den bayerischen Sparer, sondern ruiniert auch seine Sparkassen. Und das muss an dieser Stelle Richtung EU und EZB gesagt werden, da die EZB ihr vorrangiges Ziel der Preisniveaustabilität komplett ignoriert und lieber den maroden Süden rettet, als hier für Preisstabilität in Deutschland zu sorgen. Der Euro in seiner Form ist eine Fehlkonstruktion. Er wurde damals maßgeblich von der CSU unter Führung von Theo Weigl vorangetrieben. Und es wäre höchste Zeit, dass die CSU endlich ihre Fehler zugibt und ganz klar bekennt, ja, wir haben diesen Fehler gemacht. Der Euro war ein leeres Versprechen. Die Preisniveaustabilität ist nicht eingetreten. Wir bekommen keine D-Mark-Stärke, sondern wir bekommen Lira-Niveau. Und das, sehr geehrte Damen und Herren, ist ein Verrat am deutschen Sparer. Für die verbliebenen fusionierten Sparkassen bleibt damit gar nichts anderes übrig, als sich auf die neue Lage einzustellen. Und durch die Zusammenlegung steigt die Zahl der betreuten Kunden, genauso wie die Bilanzsumme und das Volumen der zu vergebenen Kredite. Das gibt den Vorstandsmitgliedern einerseits mehr Verantwortung und mehr Prestige, aber auch den Wunsch nach einer höheren Vergütung. Und da müssen wir als Gesetzgeber hier in Bayern ansetzen. Mit unserem Gesetzentwurf nehmen wir hier eine Vorreiterrolle in Deutschland ein. Die Sparkassen, sie haben einen öffentlichen Auftrag zu erfüllen. Sie sind in kommunaler Trägerschaft und daher muss auch das Gehaltsniveau dem Grundgedanken angepasst werden, für die jeweiligen Regionen nachhaltig zu wirtschaften. Und nachhaltige Bewirtschaftung bedeutet auch eine Begrenzung der Vergütung für Vorstandsmitglieder. Wir haben daher im Gesetzentwurf vorgeschlagen, die Vergütung für Vorstandsmitglieder auf das 1,5-Fache der Besoldungsgruppe B11 des Bayerischen Besoldungsgesetzes zu begrenzen. Das ist angebracht. Verhältnismäßig steht im Einklang mit der ursprünglichen Idee der Sparkasse. Und diese Idee, nachhaltig und auch in Verantwortung für die Region zu wirtschaften, muss sich auf jeder Ebene und gerade auch hier auf der höchsten Ebene der Sparkassen in Bayern wiederfinden. Daher plädieren wir dafür, dass Sie unseren Gesetzentwurf wirklich ernstnehmenden Plenum in offen beraten und wir zu einem guten Ergebnis für die Sparkassen und für die Sparerinnen und Sparer in Bayern kommen. Vielen Dank.